So Leute, herzlich willkommen zurück zu COD R1, wo wir mal schauen was weiter geht, ja. Nix da. Nix mit mir. Zack. Glaub ich spinne hier. Dann machen wir uns die Pappen einmal mal schnappen hier. Was ist hier nicht hoch? Bin ich schon, oder? Hm. Na, so geht's. Okay. So, sag. Dann fangen wir hier durch. Okay. Na, das machen wir schon. Wird schon sagen, hat er bestimmt Munition für uns. Aber 100 pro. Oh, wir müssen auch wohl hier runter, ne? Ach, oh. Dann kommt das nächste Level. Ja, gut. Dann kommt halt das nächste Level. Alles klar. Auf geht's. Im Graben bleiben und Köpfe einziehen. Wir haben Scharfschützen da draußen. Ja, komm. Lauf. Ich... Das sah bei mich nicht voll hin. Ich... Ich... Nein, danke, Genosse. Das ist ein Befehl. Alexei wird sie von hier aus mit dem Scharfschützengewehr decken. Los jetzt, oder ich erschieße sie eigenhändig. Tönerpfeil. Achso. Ich sollte nicht, ja? Helft. Na, lauf mal. Das wäre schön, aber zu echt. Der ist besser. Da ist es eine Logistik. Ich nehme die Musik. Soll wir den Scharfschützen eliminieren. Ja. Okay. Ich nehme die Musik. Oh! So, Säcke, ey! Wo seid ihr, ne? Oh, shit! Da ist einer! Da ist einer! Das müssen wir sehen! Da oben 2, okay Da ist einer War einer Guter letzter Wir haben uns eingeklemmt! Wir sind hier! Wir sind los! Los, wir sind los! Na los! Na los! Wir sind 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 los! Um! Wir sind los! guin! Das war's für heute. Das kann nicht wahr sein. Ja, so geht's nicht. Keine Chance hier. Ja, kracht die Idee, aber ja. Ja, ich hab grad keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja, ich hab keine Ahnung. 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 Oder Los Angeles haben. Ja, ich hab keine Ahnung, wie ich wusste. Wir bribe dasо, wenn das Megane ist. Ja, wir Catsana aus рай. Ja, ich habe keine Ahnung, was fürowner eine Ahnung. Das ist einer von meinen. Heilung, Munitionen und alles hier. Erstmal gucken wir hier noch hier durch, würde ich sagen. Keller sichern hier. Muss ja irgendwie alles gehen. Gibt's denn hier noch wohin? Irgendwo. Dann können wir schnell mal ne Granate oben reinschmeißen. Dann können wir ja auch wieder. Bewegung! Gib mir jemand Weckung! Gut. Oh, einer meiner eigenen Geläufer angeschossen. Kann ja mal passieren. Wo denn dieser Sack? Ja. 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 Du hast selber hochgejagt, ja. Ich muss noch mal den Keller wieder runter, ne? So was. Ah ah ah. Ach. Ah ah. Ich hab's so gehasst, wenn ich das damals mal durchgespielt hab. Heute weiß ich auch wieder warum. Was? Was? Reichts aber ja. Geht doch mal pennen ey. Oh. 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 Wieso hier ein Echo-Effekt ist. Naja. Oh. 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 was aussieht also dann soll ich mich im dritten stock mit jemanden treffen, ok Genosse Alexei, wir haben die Panzerabfällgeschütze im ersten und zweiten stock. Sie halten die Panzer auf wie die Truppen Jo, was machen wir dann in der nächsten Folge, ne? Bis dann, hau da rein